Also welche Motivation? Da gibt es immer unterschiedliche Möglichkeiten. Die professionellen Angreifer, das sind tatsächlich Nachrichtendienste. Da geht es dann wirklich um Wirtschaftskriminalität, Wirtschaftsspionage. Informatikstudenten? Wer hat das denn daran geschrieben? Aber in der Tat, es ist so, weil Informatikstudenten, Linux-Anwender und natürlich auch Administratoren verfügen über ein wesentlich größeres Know-how als die Script-Kiddies, die das so aus Spaß machen. Die wollen sich nämlich nachmittags da hinsetzen, schreiben einen Virus, schicken den irgendwo rum oder möglicherweise knacken sie das Handy von einer Freundin, weil sie mal gucken wollen, mit wem sie da vielleicht noch schreibt und setzen sich dann abends mit ihren Kumpels hin und sagen, ich bin der Größte. Cool, ich habe es geknackt. Bei den Gefahren bin ich schon kurz mit drauf eingegangen, worum es dabei geht. Es wird alles ausgenutzt bei Smartphones, was funktioniert. Wir dürfen eines nicht vergessen, die Smartphones der heutigen Generation, ob das Android-Telefone sind, iPhones sind, ob das Blackberries sind, sie sind zu betrachten wie ganz normale Devices. Ob das ein USB-Stick ist oder ob das ein Computer ist. Sie können mit den Smartphones genau das Gleiche machen. Die Telefone verhalten sich im Regelfall, das war beim iPhone war das so, bei Android-Telefonen ist es so, die verhalten sich wie ein ganz dummer USB-Stick. Reinstecken, Device erkannt, geht. Punkt. Also, warum können wir nicht genau das Gleiche in den Angriffsformen durchführen auf Smartphones, wie wir es von Computern kennen. Also machen wir es einfach. Weil die Angriffsvielfalt, die ist bei Computern ja mittlerweile bekannt, also nutzen wir das Ganze auch für die Smartphones aus. Da gibt es unterschiedliche Einfallsmöglichkeiten. Es werden Schwachstellen in der Firmware bekannt, es werden Sicherheitslücken bekannt. Jetzt ganz aktuell war ja eine angebliche Sicherheitslücke bei Android gesichtet worden, beim Market, dass die Security-Token ausgelesen werden konnte, wenn man sich damit im offenen WLAN bewegt. Also wer das noch als Sicherheitslücke anerkennt, ich weiß ja nicht. Ich meine, wer im offenen WLAN rumsurft, der darf sich aber wirklich nicht wundern, oder? Wer sieht sowas hier von den Informatikstudien, wer sieht das als Sicherheitslücke? Keiner. Deswegen habe ich das vorhin auch gar nicht mit aufgeführt, weil das eigentlich auch ein Witz ist. Also das wären die Angriffsmöglichkeiten, die wir haben. Ganz unten links sehen Sie ein ganz interessantes Beispiel. Kennt jemand vielleicht möglicherweise diesen Screenshot? Weiß jemand möglicherweise, wo das herkommen könnte? Sagt jemand H.B. Gary etwas? Okay, erkläre ich es Ihnen mal. H.B. Gary ist ein amerikanisches Unternehmen, was sich angedient hat, Software zu entwickeln. Vornehmlich Spionagesoftware, trojanische Pferde. Aber sie bieten natürlich auch Sicherheitsdienstleistungen an. Eine dieser Dienstleistungen, unter anderem, deswegen habe ich das jetzt mal so ein bisschen hervorgehoben. Also Sie können hier für iPod und für das iPod Touch haben Sie die Möglichkeit, eine Software zu kaufen, mit der Sie unbemerkt dort Daten auslesen können, über das Gerät verfügen können. Das können Sie auch dort bestellen für das iPhone. Die Entwicklungskosten werden gleich mit übertragen. Dieses Unternehmen ist unglücklicherweise, ich glaube zwei Monate ist es knapp her oder drei Monate, dieses Unternehmen ist unglücklicherweise gehackt worden und diese Informationen sind öffentlich gemacht worden. Was natürlich dann ein bisschen schlecht ist für so ein Unternehmen. Aber man konnte sich bei diesem Unternehmen sozusagen alles bestellen, was man haben wollte. Denn alles, was wir Menschen entwickeln, kann auch gegenentwickelt werden. Ganz niedlich ist auch die Flexi-Spy-Geschichte. Wird immer sehr, sehr gerne von Ehefrauen oder Ehemännern benutzt. Das ist ein kleines, trojanisches Pferd. Vornehmlich entwickelt wurde es mal für Symbian-Smartphones. Kann man mittlerweile für jedes Smartphone bekommen. Die Server, wohin die, also dieses Flexi-Spy, versendet erstmal ein komplettes Log-File mit Informationen über eingehende Anrufe, abgehende Anrufe, SMS eingehend, SMS abgehend. Was haben wir noch? Aufenthaltsort. Und ich glaube, angesurfte Webseiten gibt es dann auch noch. Und all diese Informationen werden zusammengefasst in einem Log-File und werden auf einen Server geschickt nach Taiwan, Bangkok, Hongkong, sonst wohin. Diese Software agiert im Hintergrund, wird nicht gesehen und der Ehepartner natürlich, der merkt das auch nicht. Kann man natürlich nicht erzählen, dass man mit der Freundin im Kino war. Wenn der Ehepartner dann sagt, ja, kann ja gar nicht sein. Da warst du ja da drüben in der anderen Stadt, in der und der Bar. Kann nicht sein. Es ist immer kritisch, solche Software natürlich zum Einsatz zu bringen, aber ich sprach erst kürzlich darüber, der Hintergrund ist, die Software kostet 50 Euro im Monat. Ein Privatdetektiv, der meine Ehefrau überwachen müsste, der würde wahrscheinlich 500 oder 1000 Euro kosten. Also die Möglichkeiten, die wir heutzutage mit den Smartphones haben, auch im Kosten-Nutzen-Verhältnis, die sind wesentlich verbessert. Ganz rechts oben ein kleines Beispiel für die Blackberry-Freunde. Das ist ein ganz, ganz kleines JavaScript, was es ermöglicht, ein Blackberry quasi als Wanze zu benutzen. Dieses kleine Script wird im Hintergrund ausgeführt, wird einmal aktiviert und bleibt immer aktiv. Und jedes Mal, wenn ich dieses kleine Script anspreche, wird es aktiv und ich kann dann von, egal wo ich bin, kann ich dann hören, was derjenige auch hört. Wenn er sein Telefon in der Tasche hat oder auf dem Tisch liegen hat, eignet sich ausgezeichnet für Wirtschaftsspionage, aber auch für Kneipengespräche. Wenn ich jetzt einfach mal hören will, was die anderen Leute so da hinten am Tisch quatschen, schmeiße ich einfach mal mein Blackberry darüber. Oder ich infiziere eines, was dort liegt, wenn ich weiß, dass jemand ein Blackberry zur Hilfe hat. Kann man aber vorher ja scannen, funktioniert ja. Ja gut, diese Simian-Geschichte unten rechts, die könnte vielleicht noch ein bisschen bekannt sein. Das ist eine von den Bekannteren, das war einer dieser von diesen Viren, die nicht wirklich irgendwas kaputt gemacht haben, ganz groß. Das Simian-Geschichte weist einfach nur danach ein bisschen hässlich aus, war halt so ein bisschen verstümmelt und sah nicht mehr so aus wie vorher. Ich glaube gestern oder vorgestern ist ein ganz neuer Virus rausgekommen, den zeige ich aber nachher noch. Der tut dann richtig im Geldbeutel weh. Der ist richtig angenehm. Das sind so zum Beispiel kleine Angriffe, die man so per Bluetooth immer noch durchführen kann. Die funktionieren immer noch bei den meisten Telefonen. Wenn Bluetooth-Devices eingestellt sind, also auf ein, habe ich immer noch die Möglichkeit Adressbücher, Kurzmitteilungen rauszulesen. Ich muss nur wissen, wo das Device diese Informationen hinschreibt in das mobile Device, wo das abgelegt wird. Und in der Regel in der heutigen Zeit haben diese Smartphones kleine SQL-Datenbanken. Das sind SQL-Light-Datenbanken und die stehen fast alle immer am gleichen Ort. Und da brauche ich nur auf diese SQL-Datenbank zugreifen, kann mir die runterladen. Das merken Sie ja gar nicht. Das Telefon ist ja in der Tasche. Ich sehe keinen, der sein Telefon in der Hand hat. Niemand. Haben Sie alle noch eher Adressbuch? Das sind diese beiden Links, die Screenshots. Das sind so eher aus der neueren Generation. Da habe ich jetzt zum Beispiel aus der Datenbank direkt die Information per XML extrahiert. Weil da kann man es per HTML wieder leichter importieren. Können Sie es in jede Bank auf jede Webseite schreiben. Hier von Hans das Adressbuch für alle zum Nachlesen. Fände ich jetzt nicht prickeln, wenn da mein Name stehen würde, beispielsweise. oathweise. Vielen Dank.